Ich krieg's aber nicht, ich hab jetzt 23... Dann musst du halt die Leute abschießen. Deswegen bin ich ausgestiegen, aber dann hab ich die verkehrte Waffe gehabt. Also unser Trupp ist richtig gut, jetzt kriegen wir die nächste Base mit unserer Flagge. Meister lassen wir uns jetzt hier nicht nehmen. Ne, 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 so läuft das aber nicht. Ich bin mal ganz kurz weg. Bin gleich wieder da. Juhu. Dann unterhalte ich euch jetzt alleine, was gibt's Neues? Nichts Neues. Und weil ihr euch auch nichts Neues, hm, nicht viel. Naja. Na, wird erst dann. Gucken wir mal hier. Ist auch down. Ja, bald wird's auch Livestreams geben, meine Leute. Oder Leute. Weil ich hab herausgefunden, wie man es auf YouTube dann streamt. Dann komme ich da... Oh, oh Fuck. Fuck! Wo ist er... Oh, nö. Max ist tot. Drecksding. Aber ich hab ordentlich Schaden gemacht. Gehen wir mal hier. Solange Sven nicht da ist. Kann ich auch sniperen. Brauchen wir keine Action machen. Ein paar sichere Kills. Ein bisschen Vorsprung wieder raushauen. Wir verlieren die Base schon wieder. Das ist nicht gut. Ich bin besser. Du bist nicht besser. Jetzt muss ich mir meine andere Einheit holen. Warum haben wir denn den Punkt nicht mehr? Die haben Max-Wash gemacht. Ja, wäre doch mal ein Harrys mit Gunner drin gewesen, ne? Ja, du warst ja eh nicht da, von dem her. Wo bist denn du, Futter? In der Base. Ja, ich will einen Gunner haben, endlich. Da fahrst du immer noch rum? Ja. Ja, bin ich verreckt, komme ich raus, dann kann ich den Gunner sein. Obwohl mir die Base jetzt wieder kept... Oh nein, hier... Ja, tot. Ich hab grad zwei Schwere von denen überfahren. Wo bist du denn? Da drüben, warte mal, komm mal, in der Nähe von dir. Ich bin grad am Feuer fangen. Ja, da bin ich. Stopp, 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 stopp. Jetzt kommt eine Skid. Skid. Guide. Ich hab kurz noch den Lightning hier repariert. Äh, der... Vanguard. Ich bin drin. Wohin? Ja, nach drinnen, würde ich sagen. Pass auf, Miene. Nein, doch keine Miene. Keine Miene. Munition. Ja, und jetzt sind wir am Arsch. Da hast du eine Sackgasse. Hinter uns, hinter uns. Da bin ich überfahren. Gott. Warte, Steck aus. Nein, du steckst, jetzt steckst du hier aus. Nee, es hat den nächsten von uns überfahren. Ich muss dich doch reparieren, du Held. Du tötest unsere Leute. Gleich, ich hier rückwärts raus und geh jetzt doch vorne rum rein, so wie ich rein wollte. Ja, hol mir die Max, da ist der Max, Max, Max. Da kommen wir nicht rein. Da liegt unser ganzes Trupp, unser ganzes Trupp Skype über uns. Die triffst du nicht. Oh, ne. Das war definitiv nichts. So, und jetzt sind wir am Arsch. Ja, rein, oder? Ah ja. What the fuck, schau mal die Straße vor, schau mal die Straße vor, schau mal die. Ja, hinter uns steht, oh fuck. Da vorne ist schon wieder Tank Army. Ich hab die Ding beschossen, die Walkür. Stopp, 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 das Land. Du hast es über 10.000 Meter wegfahren. Du weißt, wie schnell ein Harry ist er kaputt geht? Nein. Du wolltest nur sagen, das letzte Mal habe ich drei Schuss kassiert und war weg. Das ist doch, wie heißt, was heißt Herr Wessler? Bestücker oder sowas. Nerver irgendwas. Nerver, genau. Irgendwie so nerven da halt. Boah, da kommt sie wieder auf. Scheiß, keine Munition. Ja, genau. Überfahren. Ja, Mann, ich stehe einfach. Nö. Du bist schon wieder ausgestiegen, ne? Wenn ich sage, nein? Dann schaue ich da nach rechts hin und sehe, du bist ausgestiegen. Achso. Fuck off. Weißt du, was das Gute ist? Ich habe überlebt und drei Leute geroadkillt. Echt? Jo. Ja, hol mich mal hier. Weißt du, was wir jetzt machen? Ich packe C4 auf dich drauf und du fahrst wieder rein. Nein. Warum? Ich fand es gerade viel cooler mit die Roadkill, die geben nämlich nochmal extra XP. Ich kriege es aber nicht. Dann musst du halt die Leute abschießen. Deswegen bin ich ausgestiegen, aber dann habe ich die verkehrte Waffe gehabt. Langsam, langsam, langsam. Da war was gelegen. Ja, schieß. Hab einen, hab einen. Ja, einer. Du hast einen überfahren, ist doch gut. Nein, ich habe keinen überfahren. Nein. Dann bleib stehen. Ich habe variieren. Ja, ich fahr wieder hin, dann Sandi hier. Hier sind wieder die miesen Harazer Tactics. Moment, so jetzt. Ja, ich habe es nur angewendet. Ja, ja. Du willst nur wieder für dich allein haben. Oh, komm schon, die Max. Eine der Maxe, ich habe... Einen der? Ja, das sind zwei, drei Stück. Die sind viel zu langsam. Ich bin ja über sie drüber gehüpft, das ist das Problem. Boah. Jetzt schieß hinter uns. Maah. Du bist echt so ein Idiot, ne? Ich springe über die Dinger drüber und du wirst jetzt noch vorne schauen. Du sprichst so nicht drauf. Du hast gesagt, du wirst drauf springen. Ja, du musst schon schießen. Für was brauche ich gerne? Dann kann ich auch alleine fahren, wenn du eh nicht schießt. Cool, jetzt noch mal einen Harazer und diesmal schießt du. Hast du keine andere Waffe? Junge, das ist eine Helper. Du kannst auch die Standardwaffe haben. Nein, die schießt die Schrotze. Nein, ich habe nicht die Schrotze um drauf. Hast du sie? Nein, noch nicht. Was kostet sie? Du kannst, weiß ich nicht, wahrscheinlich tausend. Das habe ich noch gerade nicht. Sieh sie jetzt geschickt gekauft. Wo bist du? Der wie dein Nachbar weiß. Gut, kommst du dann rüber. Dann wie dein Harazer ausgeben. Wenn du da bist ja nicht so, es ist das schon mein Vierter heute, den ich dir spendieren. Ja und, du machst du ja auch immer kaputt? Ja, du schießt nicht und ich mach den Harazer kaputt. Ja, warum machst du sie kaputt? Wenn ich ... Okay, ich sehe schon, den nächsten musst du spendieren. Ja, genau. Und ich hab ... Ja gut, Helbert, da hab ich auch drauf. Die kann nicht so spendieren. Ja, eben. dann kann ich auch mal schießen dann zeige ich dir wie es geht das letzte Mal wo du gefahren bist und ich geschossen habe jetzt gehst du raus ich fahr du 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 schießt ja warte ich stelle um dann würde ich mal sehen ob du besser bist schießen ja kommt drauf an was du jetzt machst ich hab keine Sounds mehr geil keine Fahrsounds übrigens sind hier keine mehr irgendwas beschießt mich er da oben ich habe schon einen hit gegeben das feuerunterdrückung das heißt wenn es kritisch wird ja nicht am spawn besuch behindert so viel zum thema er kann fahren er stellt sich an spawnen und klemmt sich zwischen steine ok du bist du schon das minzen harry ist da eindeutig ich hole ja schon oh futura ohne scheiß das hat ja fast geklappt fast wir hätten bestimmt die ganzen leute in einem schutzschild getötet was war keine absicht was brauche ich denn noch habe ich nicht weil ich gucke mal kurz was ich schrotze kostet wie heißen die die kurzen du siehst doch dann kartett 50 250 entspricht doch ja mit der wirst jetzt da rein fahren du fahrst du fahrst ich schieß ach so ja willst du mich da noch mitnehmen warum bist du hinter mir weil ich hier gewartet habe wasser ähm was ist das bild runter ja ja nice die weg noch noch stimmt es nicht jetzt dies gut weil dein herr ist irgendwas brandunterdrückung welcher level 1 okay ich hab drei drauf kriegst du schon wo level 0 1 wenn das turbo habe ich zu 1 er hat oder zu standen mäßig 1 drauf ach so ich glaube ich habe auch schon turbo weiß ich nicht ob ich ihn gelevelt habe so dass ich für dich habe ich 250 Cent ausgegeben für mich und dann setzt er mich selber in die Kälone rein ja du wolltest du dich ja stimmt ich wollte jetzt fahrt so A rein dass man jetzt einmal eben war ich nicht ja mach ich wenn der mich nicht damit würde sie mir was sagen wollen ich sehe wenigstens meine eigene leute ja du wer war das der von dem Sandrower überfahren wurde nein du hinter uns ja dann hol sie dir äh das sind viele ich fahr mal lieber weg Ich hab die, ich hab die Max überfahren und den Inchi auch. Super, klasse für dich. Mich hast du wieder getötet. Aber deine Brandunterdrückung war zu schwach. So ist die du. Wir hätten das überlebt. Ja, ich würd sagen, wir holen jetzt erstmal den Punkt. Gut, genug gespaßt. Es war fast eine Folge an, wo wir jetzt Spaß gehabt haben. Ja. Was ist Spaß, Harris? Ja. 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 Ja.